Du, kann ich das Tor aufmachen hier? Da ist einer drin, da ist einer drin, ich seh einen, ich seh einen, ich seh einen, ich seh einen. Schieß weg. Na ja, warte. Puh, okay. Gette? Kannst du mal gleich jemanden ablenken, aber... Wow, Gette, das war direkt über deinen Kopf. Sind da vielleicht hinten auf dem Dach welche? Boah, das glaubt einer raus. Ja, dann schieß genau auf die Stelle. Durch die Halle. Hm, das glaubt auf mich. Ja, welches Tor, welches Tor? Das erste Tor, äh, da wo ich stehe, hier an der Ecke vorne. Das geöffnete Tor, oder das rechte? Schüsse? Fynn, links oder rechtes Tor? Aber ich hab... Äh... Von dir aus das erste. Ich glaub, der ist aber weiter hinten drin. Der Skop dreht, der trägt auf mich. Ja, und... Ich hab ja Einschläge. Guck mal, hier drinnen, hier, hier kann es sein. Ach, der läuft zu euch rüber, glaub ich, der läuft zu euch, der ist jetzt an eurem Tor, am ersten. Glaub ich mal. Vermute ich. Ja, die sind da, die stehen an den Toren. Einer blutet, ein bisschen, oder? Weil ich... Ne, der, der, rotes Armband. Ähm... Macht mal einer die Tür auf, die erste. Hey, der von euch rein. Hab einen. Bauer. Soll ich das erste Tor aufmachen, ja? Ja, mach mal auf, mach mal auf. Ah, da ist... Feuer. Da ist er, bitte. Einer läuft raus, einer läuft raus, einer läuft raus, einer ist hinter der... Hinter der... Hinten, hinten. Der ist jetzt hinter der... Der ist rechts, der ist rechts. Der ist weg nach rechts gelaufen, nein. Ich weiß es nicht. Jonas? Ja? Komm zu den Autofracks. Nein, ich muss mich jetzt erst mal hier hinter der Halle verwinden. Okay. Ich hab einen... Hab ich geholt. Der andere ist rechts in die andere Richtung gelaufen zu der anderen Halle. Ja, genau. Ich hab gesagt, dass du da hingelaufen wirst. Der läuft ja gerade, äh, zum blauen Tor. Ich. Mal gucken, wo der andere hin ist. Der ist, ähm... Die... Die Betonmauer Richtung Airfield. Ich, ähm... Ich kann aber hier nicht rein. Ja, du warst... Ja, ne, 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 ne. Ich wollte... Ich wollte in eine andere Richtung einschlagen. Warst du gerade in der... Äh, an der kleinen Hütte, oder? Ja, ja. Ja, da bist du okay. Ich glaub, die Hütte ist jetzt sicher... Also die... Ich hab jetzt auch keine Zweifelwaffe mehr. Meine... Meine Waffe ist ruined. Ist ruiniert? Also meine, ähm... Pistole. Ach... 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 Aber Hauptwaffe... Ja, ja. Und das ist mir auch relativ egal, ob die hier auf mich schießen. Sollen sie doch. Ich hab mal da markiert, wo ich denke, dass er ist. Au! Schüss auf uns. Ne. Headshot. Du bist tot. Ich bin tot. Ernsthaft? Mhm. Wo lagst du denn? In der Tannenkuppe links von der Basis. Oh. Scheiße. In Headshot? Mhm. Hui, 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 hui. Schüss auf uns. Schüss auf uns. Durch den Helm durch. Äh, das ist doch mal verdammt nah gerade gewesen. Mhm. Ja, ja. Die haben aus der Rote Halle geschossen. Ich hab's gesehen. Ja? Ja. Die dürfen wir nicht außerhalb, also. Aber ich denke, dass da so eine Annäherung unmöglich ist eigentlich. Naja, obwohl da inzwischen durch mal Tannen. Aus der Roten Halle haben die auf uns geschossen? Ja, nicht aus der Roten Halle, aus dem Haushalt, also. Alter Schwede, ey. Weiß wie weit das ist? Das sind 100 Meter, 200. Wie viel sind das ungefähr? 300. Ja, 400. Ich schieß mal, einmal. Ja, ich will auch schießen. Oh, die schießen, die schießen, die schießen, die schießen, die schießen, die schießen. Aua, Alter. Alter. Haben die euch getroffen? Ne, ne. Ne. Aua, krass. Ah, jetzt stehe ich hinter so einer Mauer. Fässig ist sauber. Eingangsbereich, ja. Ich crouch mich jetzt weiter nach vorne. Da ist keine Deckung da unten, das ist absolute Kacke. Ja. Nicht schießen, das... Ja, ich seh dich. Jetzt seh ich dich. Also ich seh grad auch niemanden, der im Fenster rausguckt oder so. Also ich kann jetzt da oben reinschauen. Ja, da war aber einer. Da ist auch einer. Ja, da sind die Klasse in der Becher, aber die können echt... Das ist eine einzige Tür in dem Gebäude. Eine kleine weiße Tür. Und von da und hinten rein kann der Sniper schießen. Du hast halt echt ein Problem. Ich könnte natürlich ablenken. Ja, was heißt ablenken? Wenn der hier oben aus dem Fenster rausgucken würde, das wäre so genial. Ja, aber mach doch nicht. Wir müssten die drüben mal den ablenken oder darauf schießen, irgendwie vielleicht. Ich so nicht mal, wie ich den noch davon gehen leben, ne? Das müssen wir auch nicht. Das werden bestimmt noch fünf, sechs Leute sein. Locker. Ist das drüben, drüben das Haus, ist das komplett geräumt? Weil ihr sagt Eingangsbereich. Ja, das müssen die sein. Hattest du grad geschossen, Finn? Nein. Ne. Das waren auch ne Mosen oder sowas grad, oder? SVD. SVD, okay. Das ist aus der Mitte dann. Das ist da, wo die Panzer stehen. Die sind in den Panzern drin. Ne, die sind nicht in den Panzern, die sind in den Busch rein. Viel weiter vorne. Die sind in den Busch rein bei den Steinen. Pfff. Weil bei den Panzern, da könnt ihr ja nur kurz rausgucken und reingucken. Das sieht man ja viel zu offensichtlich, weil du ja kaum ein Text tun und sonst hast dich schnell mitten auf dem Offenfeld. Oh. Da sind bei mir Schüsse. Will das AK? Das ist aus dem Haus raus, wo ich bin. Alter. Nein, das ist... Doch, das ist aus dem roten Haus. Okay. Alter Schöner. Jonas, tipp. Ja? Schieß auf die Tür, stürm rein. Ich bin ja nicht da, ich bin da noch oberhalb. Full Spray. Der hat auf mich geschossen. Der hat auf mich geschossen. Ja, dann hat der auf dein Fenster, aus dem Fenster geguckt da oben. Das musst du im Auge finden, also beide gleichzeitig eigentlich. Der kann ja nur auf den Beinen schießen. Der hat mich schon da wieder in Visier. Ja, du musst ein bisschen Position ab und zu verändern, ne? Hm. Das gibt's doch nicht, alter. Ja. Da guck ich mal einmal nicht drauf, weißt du? Dann würde ich noch in der Spot nun sagen, ob du es schaffst oder nicht, irgendwie. Nee, das kann er nicht sagen. Das kann er aus der Distanz halt sagen. Wenn sie das können, cheere. Punkt. Punkt. Also ich... Oh, warte mal. Ja, passt. Wäre soweit. Ich glaube, der guckt um die Ecke. Lucky? Ja. Hast du Schuss halt? Ja. Der schießt, der schießt. Ich komm mit der Türme jetzt. Ich bin tot. Jetzt haben wir ihn. Alter, hinterm... hinterm Stein? Was ist das? Was? Egal. Ich bin raus. Ich hab ihn wohl. Eigentlich hast du ihn. Ja. Nice, alter. Aber wieso hat der mich erwischt? Bist du im Gebäude drin? 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 Ich hab ne Spin für dich. Oh, da stimmt wer. Ich hab noch einen getötet. Aber ich bin jetzt auch tot. Ich hab noch einen angeschossen. Ich bin... Da waren zwei Leute drin. Oben ist einer angeschossen noch oder auch tot. Ah. Ja komm, YOLO. Mood. Ja, aber das... Wie gesagt, der hat... Ich kapier's ehrlich gesagt nicht. Boah, Jonas. So ein Killer-Hund. Drei Mann geholt. Zwei oder drei Leute, ja. Sauber. Zwei oder drei Leuteos. Das ist angesch follows. Sen temporal-Hund.